Uns reicht es, uns von der FPÖ-Fraktion reicht es, dass wir uns ständig von der ÖVP-Nomenklatura hinters Licht führen müssen. Die jüngsten Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der ÖBAG, mit der Gründung der ÖBAG, mit der Übervorteilung von ÖVP-Mitgliedern und ÖVP-Freundern ist absolut aufklärungswürdig. Wir stehen auf dem Standpunkt, dass die ÖVP-Spitze bereits im Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt hat und deswegen werden wir auch für nächste Woche eine Sondersitzung einberufen, wo genau diese ÖVP-Nomenklatura im Parlament Rede und Antwort stehen wird müssen. Eine Frage, die sich für uns auch stellt, ist, wie die Grünen auf diese Sondersitzung und damit verbundene Anträge reagieren werden, denn gerade die Grünen waren es ja, die zuletzt auch im Zusammenhang mit Gernot Blümel gesagt haben, dass sie sozusagen einmal noch ein Auge zudrücken, aber dass es beim nächsten Mal dann nicht mehr geht, dass die Grünen auch Gernot Blümel nicht mehr stützen werden. Also wir werden die Grünen beim Wort nehmen und wir werden auch schauen, ob Bundespräsident Van der Bellen recht behält, indem er gesagt hat, so sind wir nicht. Momentan habe ich den Eindruck, dass sie schon so sind.